Ja, hi Leute, Mr. Zempdex hier und herzlich willkommen zum nächsten Part von GTA. Ein Stück ganz schnieges Auto, das nehmen wir mal mit. Zack. Schöne Augen hier. So. Klamotten, da fahren wir nicht hin. Verbot. So. Ja, für diesen Part haben wir uns etwas so besonderes vorgenommen. Ähm, nein, wir warten ja noch drauf, dass sich die Läster-Schwester bei uns meldet, um uns unseren Raubzug zu... Ey, die sind alle... der rennt mir hier mitten ins Auto rein, ne? So. Die reinigt das auch nicht. Ja, und jetzt krieg ich Sterne, nur weil die Idioten vors Auto springen. Ja, ist das geil. Das ist so bescheuert, ist das. So, wir wollen mal die Fragezeichen, glaube ich, mal abschicken, aber wir fahren mal eben zu Franklin. Meine Schnauze noch mal. So. Ähm, was ich übrigens sehr, sehr witzig fand, war, ähm... Erst wurde mal hochkritisiert, Zempdex, äh, du fährst zu scheiße, bla bla, nur ein Crash, viel zu aggressiv, und, und so weiter. Dann hab ich gesagt, alles klar, komm, ich mach euch mal einen Part, in dem ich keine Crashs baue, in dem ich richtig... ...gechillt fahre, und, 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 und. Äh, Zempdex, äh, voll langweilig, fahr bitte wieder aggressiv. Ähm, ihr wisst auch nicht so wirklich, was ihr wollt, oder? Also, ähm, es gibt zwar Möglichkeiten, entweder ich fahr ein bisschen gechillter, dann, ähm, fahr euch keine Unfälle, dann müsst ihr euch... ...ja, dann, 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 dann werdet eure, ach, werden eure Augen nicht damit vergewaltigt, wie ich mal einen Unfall baue. Das ist immer noch ein bisschen schneller, als wenn ihr ein Polizeiband vorbeikommt. Oder, ähm... ...ja, ich fahr einfach, wie ich Bock drauf habe, und wenn ich da mal einen kleinen Crash baue, oder was auch immer, meine Fresse, es ist nur ein Spiel, regt euch doch nicht bei jeder Kleinigkeit immer so auf. Ich versteh das nicht. Obwohl ich jetzt in dem Klamottenladen da mal einen Moment gebraucht habe, um zu, äh, um zu checken, ähm, bbbbbbähm, ähm, welche Klamotten ich kaufen muss. Denn ganz ehrlich gesagt, mir sind diese gelben Punkte auf der Karte überhaupt nicht aufgefallen. Ich meine, klar, im Nachhinein habe ich mir angeguckt und dachte mir auch so, Marka, bist du blöd, dass du das nicht gesehen hast. Aber ich habe doch im Moment nicht drauf geachtet, und vor allem bringt es nichts, das dann flämend und mit Hass-Tieraden unters Video zu schreiben, weil, ähm, Das ist wie Leute, die im Kino sitzen. Nein, nein, geh nicht da rein. Der Film ist schon gedreht. Die wird hundertprozentig da reingehen. Das Anschreien, dass ich es nicht tun soll, bringt dann auch nichts. Und ja, bei der nächsten Mission, wo ich mir bestimmte Klamotten kaufen werde, oder müssen werde, ob so eine kommt, keine Ahnung, werde ich darauf achten, aber das kann natürlich an der Folge, die schon online ist, nicht viel ändern. Aber egal, ich will jetzt hier nicht ständig nur auf den Hater-Kommentaren rumreiten. Ich finde es auch, und das muss ich an der Stelle immer wieder betonen, einfach nur geil, was andere Leute drunter schreiben. Aber wir machen ja hier keine GTA-Vlogs draus, wir wollen ja GTA-Let's Play machen. So, und deswegen heizen wir jetzt mal hier zum Fragezeichen hin, doch mal gucken, was für coole Leute da sind drunter stecken. So, ich mag den Audi. Also ich finde, mit dem Audi kann man auch einigermaßen gut fahren. Ich habe auch, ja, und bevor ihr das wieder flamed, ich weiß jetzt, dass ich jederzeit zwischen den Charakteren wechseln kann. Ich war vorher wieder zu blöd, auf den richtigen Knopf zu drücken, sondern sagen wir mal so. So, hä? Will der mich jetzt rollen, oder was? Hallo? Hier war doch eben noch ein Fragezeichen, so wäre ich jetzt doof. Ist das eine von euch der besondere Macker? Hi, Mom! Ist das jetzt verarscht, oder nicht? Ist hier irgendjemand, der nach einer besonderen Person aussieht? Hallo? Hm, ich glaube, die bettelt. Die bettelt um Schläge. Ich weiß nicht, wie süß sie sind. Ich bin nicht gett. Goodbye! Da kommt man von einer Flying Headnut auf die alte hier. Okay, hat nicht geklappt. Ich habe schon gedacht, da sind die so gestorben. Da hat man einfach nur so eine Flying Headnut gegeben, und dann war die tot. Oh, hier ist ein Motorrad. Ich glaube, das krallt uns jetzt mal. Aber jetzt will ich erst mal mal checken, wo hier das Fragezeichen hin ist. Das verstehe ich jetzt hier nicht ganz. Sorry, sorry. Ja, ich bin zu doof, das Milit über die nicht weiß. Was haben wir da? Ein Psychiater? Ja, komm, wir fahren mal zum Beispiel in den Psychiater, wenn wir schon mal auf der Ecke sind. Dann können wir uns vielleicht sagen, wenn das falsch ist. Oh, das geht aber ganz schön ab, das Motorrad. Das geht aber ganz schön ab, das Motorrad. Also ich kann nicht versprechen, dass ich mit dem hier unfallfrei durch die Gegend komme. Das ist mir eindeutig einen Tick zu schnell. Aber komm, wir kürzen mal ab. Ey, komm. Die Abkürzung war gut. Ich hätte nur bremsen müssen. Ich bin fast direkt bei meinem Psychiater gelandet. Ein Haus zu weit. So, mal gucken, was der noch zu erzählen hat. Wenn ihr übrigens mal so ein leichtes Brummen im Hintergrund hört, hier wird gerade... Komm in, Michael. Warten kurz. Ja, danke, Doc. Wie warst du? Oh, gut. Das war gut. Nein, tatsächlich, das war nicht so gut. Das war nicht so weit weg von gut. Ich habe, äh, geschehen, das ist, was du es nennen würdest, ich denke. Right? Geschehen. So, was genau ist das Problem gewesen? Ich bin nicht gut, Doc. Nicht gut an all. Ich bin nicht gut, dass du das hörst. Sag mir. Ich bin einfach... Ich bin... Ich bin in der Buhl-Shit, Doc. Ich weiß, immer seitdem ich das Haus der Mexikaner aus dem Himmel habe, es wurde nichts, aber... ...killing und robbing. Und ich bin mit diesem alten Assoziat. Ich habe sogar einen neuen, auch. Dieser Kind. Mit, I don't know, he's got similar proclivities. Oh, Gott. Now everything's out of control. And if it's not by choice, I just... My life just got away from me. That sounds a lot like denial, Michael. This is really worrying. So, any other violent urges, friend? Yeah. Even on the way over here, I think I killed someone. And you know what? I don't care. I'm sick, Doc. I'm a sick, hypocritical fuck. I agree. Which is why you should really bulk buy a batch of sessions. I really just want to be happy, Doc. Is that so bad? Okay. And what about your sexual behaviors? I've been a really good boy, Doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. I just ain't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself here. You know, what I'm addicted to is not getting killed. But for some reason, I keep getting my ass into situations where getting killed is a little hard to avoid. What about the people you kill? Well, yeah, but that's not for fun. Are you sure? What exactly are you asking, Doc? Am I a psychopath who enjoys suffering? Or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules? Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. I'm just a fat, washed-up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned. The only way I'm content and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. Do you consider yourself a failure? I pay you to listen to my problems. I'm rich. I'm miserable. Half the time my kids can't stand me. The other half, my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. I'm pretty average for this town, really. Wait a minute. That's the shot. I, 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 I think I'm having a breakthrough here, Doc. This, I think, no, no, I know that I'm just terrified that I'm going to... I'm sure you are, but that's really all we have time for. See you next time. Okay. Yeah, time is over. I've been just a little bit off. Oh, gelitten. Leck mich, hier ist deine Kohle, fick dich ins Knie. Was ich sagen wollte, was jetzt wirklich so brummert, ich habe jetzt extra mich gemutet während der Videosequenz. Hier wird gerade am Haus die komplette, ja, die komplette Vorderwand weggestemmt, um eine neue Fassade zu machen. Und das ist vollkommen logisch, dass... Warte mal, den Penner-Psychiaterin klaue ich jetzt in die Karre. Also, der kann mich ja mal am Arsch lecken, hier. Da habe ich nämlich die Kohle für die Sitzung wieder drin. So. Ähm... Genau, wir haben die Vorderwand weggestemmt und deswegen ist natürlich ein bisschen Lärm. Ich habe jetzt die Aufnahme wirklich schon geschoben, wie ich konnte. Ich wollte eigentlich richtigen Aufnahme-Marathon machen und echt mal so ein paar Folgen im Voraus zu haben. Aber mit der Brummerei im Hintergrund bin ich lieber nur so ein bisschen voraus. Und am meisten habt ihr immer nur so ein, zwei Folgen so für den nächsten Tag dann schon mal vorbereitet. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt hier zehn Folgen aufnehme und ein bisschen gebrummen mit der Brummerei. Es ist mir scheißegal, wenn ich jemand töte. Juckt mich nicht. Gerade Motorradfahrer juckt mich null. Und, ähm... So wird der hier. Und? Oh. Ich habe ja nicht getroffen. So, um kurz zu nochmal. Ja, seht ihr, das war kein Fahrmanöver, oder was? Wenn ich hier ein bisschen auf den gewartet habe. Das hätte Frank dann nicht so gut hingekriegt, wie ich. Nee, deswegen mache ich ja keinen großen Arbeiten beim Marathon. So. Sondern dann nimm mir das auf, was ich brauche immer so für den Tag im Voraus. Ist zwar stressiger für mich, weil ich muss das dann immer irgendwo, wenn ich dann doch mal einen Tag habe, wo ich viel zu tun habe, immer nochmal irgendwo mit Aufnahmen rendern, bla bla bla, Hochladen für Krieger und so, äh, reinquetschen. Aber, ähm... Ja gut, lässt sich da ja nicht anders machen. So. Aber... Wir fahren hier gerade einfach nur sinnlos durch die Gegend. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Ihr habt bestimmt schon drunter geschrieben, wie scheiße das ist. Ähm... Wir fahren jetzt einfach mal zu dem anderen Fragezeichen hier. Lass mich nochmal da durch. So, richtigen Moment geguckt, ey. Dass ich noch hier abbiegen kann. Jetzt fangen wir mal wieder später auf der Karte geguckt, die hätten hier wahrscheinlich jetzt mit drei Stunden wieder ausfahren können. Ja, ich weiß. Ich kann keiner davon. Aber das Schöne ist, dass, äh, die Leute hier drunter schreiben, dass ich kein Auto fahren kann, die selber noch nicht mal einen Mofaführerschein haben. Hier in 14 Jahren. Aber egal. Warum muss ich mich nicht mehr drüber aufregen? Machen wir auch nicht. Was ist das so? Ihr seid doch alle geklappt hier. Oh, weil ich über eine rote Ampel leite. Sei es nicht, dass ihr mich an dürft. Den Tunnel übrigens finde ich sehr, sehr schön. Was ist denn hier? Nein, ich will doch unter dem Macker her. Ich bin ein guter Mensch. Alter, du hast doch viel aufzustehen. So, dann bringen wir der Dame mal ihr Portemonnaie zurück. Boah, hätte ich groß wie hässlich die Säsbalken. So, eben kriege ich 500 Dollar, als ich das Portemonnaie, äh, hätte ich das Portemonnaie so gesehen behalten. Aber dadurch, dass ich es jetzt zurückgegeben habe, habe ich so gesehen nur 50 Dollar Gewinn gemacht. Da habe ich die Kugel ja schon fast mehr gekostet. Also, wenn das so eine hässliche Alte ist, dann, äh, dann behalte ich das Portemonnaie. Bei einer hübschen Süßen, da habe ich mir gedacht, mh, lecker, leckerchen, komm mal an hier. Aber so machen sie keinen Spaß. So, wir wollen aber eigentlich auf dem Weg zum Fragezeichen mal mehr gewesen. Was sich schon wieder in Luft aufgelöst hat. Die wollten mich doch alle rollen, wollten mich doch. Na gut. Wir laufen hier mal kurz ein bisschen rum, gucken mal, ob wir hier jemanden finden. Irgendjemand, der wichtig aussieht. Das kann schon mal niemand sein, der großartig rumrennt. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. So, hier steht jemand rum. Die sind ja schon Nutten. Wo ist mein Auto? Nutten! Ja! Auf ein Auto, in dem ich die Nutten mitnehmen kann. La 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 la. Prostituierte. Jetzt nehme ich gleich einen ganzen Bus voller Nutten mit. Ist doch eine gute Idee. Aber die Fragezeichen ist so ein bisschen eine Mini-Aktion. Wenn du das bei mir und so. La la la. Ladies. Wo sind meine Nutten? Wo sind meine Nutten? Ey, nicht euer Ernst. Ich habe extra mein Auto. Ich fahre doch nur kurz weg, mein Auto holen. Ey. Das ist nicht nett. Das sind auch keine Nutten. Nein, die will auch nicht ficken. Der wartet auch nur an der Ampel. Okay. Das ist auch keine Nutte. Oder muss ich mit Franklin herkommen für die Fragezeichen, Leute? Sieht da irgendjemand auf dem Boden? Was hat denn der gepennt, Alter? Ist das hier im Park jemand? Einer von denen hier wichtig? Ey, das kann ja nicht ernst sein. Irgendwo muss der Wacker doch sein. Oder die Alte. Oder wie auch immer hier. Ich habe die Fragezeichen da. Vor allem es heißt ja Fremde und Freaks. Und so ein Freak kann ich hier noch nicht getroffen. Das wäre auch nur am Handy gewesen. Auch ein Haufen Auftraglose. Die geht jetzt auch nur runter im Parkhaus. Also scheiße. Guck mal, die Folge ist dafür draufgegangen, dass ich zu zwei Fragezeichen gefahren bin und denen nichts ist. Also fahren wir jetzt mal. Na komm, wir fahren nicht zu Franklin. Wir machen mal einen auf Franklin. Ja. Ben, jetzt müssen wir abkloppen. Ja! Lutten! Wir sind jetzt halt im Schießstand. Alles Tag. Machen wir gleich. Aber erstmal, die müssen wir mitnehmen. Okay, die Noten wollen mich nicht. Scheiße, ich habe die gekappert. Ey, haut doch alle ab, haut doch alle ab. Menschenskinners. Wieso habe ich jetzt zwei Sterne bekommen? Wo habe ich einen zweiten Sterne gekriegt? Für kurz von der Straße runter, oder was? Oh, ja. Ah, die Karre ist so extrem lahmarschig. Oh, shit. Boah. Oh, Gott. Muss weiter hier. So, jetzt müssen wir die Zeit nutzen, dass die erstmal in ihre Karren steigen müssen. So, oh, fuck. So, oh, fuck. Oh, fuck. Da kommt einer entgegen. Shit. Shit, 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 shit. Ich dachte, ich kann nie abkürzen. Fuck, jetzt habe ich noch nächste Bulle schon wieder am Wickel. Ach, scheiß Dreck, Mann. Wieso muss ich in dem Gebiet von Franklin das alles so Bullen versorgt sein? Und wieso muss ich so ein scheiß lahmarschiges Auto fahren? Das ist eine Baustelle, natürlich. Ja, oh, Gott, behinderter Bus, Alter. Hey, you just turned this into a fuck. Meine Karrenplatten und wenn sie blockiert oder so ein Scheiß. Komm, steh auf, steh auf, steh auf, Junge, steh auf, steh auf. Komm, kann ich mir irgendwann anhalten? Halt an, halt an, halt an! Halt an, halt an, halt an. Oh, Gott! Was ist das alles für ein Mörder in dieser Stadt? So, du willst jetzt an. So. So. So, ich will eigentlich mal einen angenehmen Vorsprung auf die Kugel zeigen. Vorne ist der nächste Bullenwagen, den werden wir uns ordentlich anlegen. Und langsam müssen noch die blöden Sterne mal weg, ey. Jetzt kotzt es langsam echt an. Das ist mit dieser blöden Familienkutsche, weil wir können jetzt noch geschissen erfahren. Oh, die Sterne sind weg. Sauber. So. Jetzt mal gucken, wo wir hinwollen. Ey, kaum ein bisschen Franklin drin, da kriegst du erstmal ein paar Sterne, ne? Obwohl du eigentlich nicht wirklich was gemacht hast. So, ähm, Schießstand. Mit Schießstand. Ja, ist hier noch einer näher dran? Nein. Gut. Mal gucken, was wir mit dem Schießstand so schönes anstellen können. Ja, was will der mich hier rammen, oder was hat er vorgehabt? Hoppala. Hoppala. Nee, wir wollen nicht mehr auf. Warte mal. Die Türen wegpuste und... Ah, hier ist ein Geldtransporter. Boah. Nee, komm. Da muss ich noch ein bisschen stärkere Waffen fahren. Das kann ich nicht nur mit einer Pistole machen. Ich habe hier zwei Sterne wegen kurzen... Das ist so geil. Mit Franklin kriegst du echt für jeden Scheiß dazu zwei Sterne reingerückt. Für jeden kleinen Kram. Jetzt sind wir hier beim Schießstand. Und bei meinem alten Arbeitgeber hier, der es in die Wand abgeklebt hat. Ich verlor jetzt mal. Und ich habe wieder so ein beschissenes Auto, man. Ich habe hier noch ein bisschen durch den anderen Haufes durchzufahren. Ich habe hier noch irgendwas davon in so einem... ... ... ... ... Der Polizist fährt aber gut, der mit am Arsch geht, ey. Der Polizist fährt aber gut, der mit am Arsch geht. Der Polizist fährt aber gut, der mit am Arsch geht. Jetzt sind die ganzen Donutfresser so schnell zu Fuß, ey. Jetzt muss die da langsam mal Out of Range sein, oder? Ja, hier geht's. Boah. 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 Scheiß, Alter. Da fang ich mich fast durch die Löcher lassen, oder was? Hab ich doch keine Mission mehr? Doch. Scheiß. Dann hab ich gesagt, einmal auf Ammo, oder nicht? Egal. Zwei Crack-Nigger weniger. So. Aber Schießkosten können die echt ein bisschen verbessern. Da hat Michael schon recht. So. Guten Morgen. Hallo. Ich würde gerne ein bisschen Schießwand schießen hier. Jetzt hoffentlich muss ich dafür nicht. Da muss ich hin. So, einmal der Schießwand. Diese Einführung kann jederzeit mit A übersprungen werden. Gut, aber die wollen wir uns mal eben kurz angucken. Ziele erscheinen nach Ablauf eines kurzen Countdowns. Eine Runde endet, wenn deine Ziele abgefressen sind und alle Ziele zerstört wurden. Okay. Werden die Punkte produzieren? Der Treffer zum Bestand. Zone 4, 10 Punkte, Zone 3, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 14 Punkte und Hornabung. Okay. Ja gut, ich will jetzt hier kein Heißbuch knacken. Ich will einfach nur, damit das so gesehen erledigt ist. So, Handfeuerwaffe, Maschinenpistole, Sturmgewehre, Schrotflinden. Nein, wir wollen Handfeuerwaffe. Die ganz normale Pistole. Herausforderung 1. Ja. Oh shit. Tada. Episode 1 haben wir geschafft. So. Ah, cool. 10 mal die 100, 4 mal die 50, 1 mal die 25. Da kann ich doch mit leben. Na, machen wir das auch mal im Fix. Mehrere sich bewegende Ziele. So. Brauchen wir mal zwei. Ja, ich weiß. Ich habe ein bisschen nicht gerallt, dass ich AMR auch drauf schießen kann. Und ich habe ein bisschen daneben geschossen. Aber machen wir nochmal. Ah, fuck. Fuck. So, siehst du, hat aber geklappt. Hab Pistole 2 auch erledigt. Müsst dir jetzt eigentlich reichen, oder? Schießern verlassen, ja. So. Dann ist Michael auch zufrieden. Dann haben wir unsere Schießernübungen gemacht. Ach nein, ich will den doch nicht betreten. Scheiße, habe ich 14 Dollar für gar nichts bezahlt. Ja, Schießern verlassen. Weil die Tür nicht aufginge. So, jetzt. Geht aber was Schönes kaufen. Schau, wer es ist. Pistole, Gefechtspistole, Elektroschocker. Mach mal kurz mal Garazin dran. Und holt es mal ein bisschen Munition. So. Ach, schönes Wetter, ey. Oh, schnell ins Auto. Ist das widerlich. Oh, scheiß reden. So, jetzt ist aber die Frage. Wo düsen wir jetzt hin? Ich meine, diesen Part haben wir ja, außer vor den Bullen wegzufahren, eigentlich nicht viel erledigt. Aber wir fliezen nochmal schnell zu mir nach Hause. Vielleicht kann ich ja dann auch irgendwie was schnacken oder so. Mal schauen. Sorry, ich wollte dich nicht haben. Was schön ist, den nicht nur mich verfolgen. Ich finde, ob geil ist, dass es hier auch Regen gibt und so. Also, hier ist ja echt für jeden Geschmack was zu haben, ne? Ach, komm. Komm, wir sind in einer Nachbarschaft, Bruder. Und wir sind so ein Scheiß, ihr. Ach, hier wohnt ich gar nicht. Boah, ist ja echt rutschig hier bei Regen, Alter. Krass, der Scheiß. So, Schatz. Papa ist mal wieder da. Also, egal, mein Schatz ist immer noch kaum. Meine Mutter. So. Die Karriere war mir eh nicht. Ach, hier ist das Motorrad-EPs auch. Alles klar. Boah. Boah, ist das ein Text weiter hier. Oh, natürlich, ich sage, dass das O-Boys lief. Aber du weißt, was, es wird ein bisschen viel sein. Ich habe keine Ahnung, wie du gehst. Natürlich gehst. Ich bin eine Frau. Und das ist die Wahrheit. Aber eine Frau? Ich habe alles getan, was ich kann. Aber du weißt, wie die Frau sind. Warte mal. Eine Frau. Oh, hey, wie viel weiter? Wir haben noch nicht noch fünf Meter. Ich weiß, ich bin nur noch nicht da. Das ist Spirit-walking. Exercise, body and soul. Es ist all die Rage. Wir sind Frauen und wir sind frei. Wir sind Menschen. 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 Das ist ein Schatz-Eiter. F! F, das ist deine Nein? Ja, danke Gott. Ich habe sie verdanket. Sie ist Spirit-walking in dieser Schatz jetzt. Das ist nur sie. Ey, ey, لا sprechen Sie doch über deine Nein, Mann. Sie hat... I mean she cool as a mother fucker man come on come where we gotta go pick up some shit from around the corner man we can walk and talk at the same time my nigga why the fuck we can't drive around the block with chop you need to walk with your fat ass Der Hund ist süß Ich mag den Hund Come on homie we ain't got all day let's go For sure but what you got up? Kidnapping fool that clown D that OG fool from Baldi's Dog I told you no more gang banging retro vengeance bullshit I'm trying to make some fucking paper You gonna make some paper low and ain't nobody out here gang banging it just look like that you gotta know the difference man Fuck man great my home will be very happy homie she wants me dead anyway so she can get the fucking house Doch fahren Komm Hündchen Sei ein braver Hund Ja feiner Hund Du bist ein ganz feiner bist du ein ganz ganz feiner Oh der ist süß die mag ich Chop ist auch ein cooler Name für den Hund Die schnauze Chop Hey I like your dog homie Me and Chop got a lot in common Yo annoying ass Man I'm carrying both of y'all asses homie Look what I set up Man fuck this man You seen Tunisia? She straight It's me and you that ain't straight though homie Dog I know homie But look I met this contact this white dude Real serious dude man This motherfucker know the streets homie I know he'll be a good hook up for us We don't need no hook up fool I know these streets You know these streets Man all you know is dying bag hustling Credit card stealing Boosting gas tankers homie Come on man But you trying to be some fucking commodity trader or something Fool that shit went up man Look homie I don't mind dying you feel me But I just want to die over something that matters homie That's what foreign gangsters should really be about And I know this much The motherfucking OG's ain't even giving a fuck about us though Man fuck the OG's Dean You know what I'm saying This ain't no motherfucking pyramid scheme No wait hold on Listen to your boy one time Listen to your boy You want some paper my nigga This is what it's about Check it out I'm talking about 40,000 No problem Cash in hand Two days time No killing Nothing No just starting another beef with the fucking ballers nigga That's class A felony bullshit We gonna keep our disguise on Ain't nobody gotta know it was us Yeah whatever ho We'll see about that Also My couple Lamar Tell his streets Hey I know you drive that empty So why we in this bucket It's struggling on the incline I don't care about no heels I can get guns, dogs, snatched up fools You name it in the back of this motherfucker Glad to see you got your priorities straight This is your Put me in the hands of feminism He down his alley up here Hey man Chop like to express his inner turmoil You know Hey what's up boo Ain't you little Laida's cousin Yeah Damn short witty I was just saying I was trying to holler at you You ain't hollering at nothing over here Why does it gotta be like that? I'm an OG And OG So what? So the fuck what nigga It's a million OGs over here Well shit how about I put one of these little X Peels up your ass crack Next thing you know you're gonna be begging for it That's disgusting What's happening now D man? Ain't no fun if the gangsters can't have none Man fuck you Mark I ain't sharing no ass with the CG ass Ain't nobody sharing nothing Man shit the hell up bitch Fuck you nigga Man fuck y'all Hey ain't there a law against you Mark ass Gangsters Insignia Madswear Motherfuckers Oh so what's up now nigga You snitching or something Oh shit Bitch ass nigga Fuck you nigga I'm out of here Fuck off bitch Come on get that nigga Come on let's go Okay the end one wants In a van we gotta go Oh You see what he driving Man we in a van motherfucker We fuck Oh gangster we got this It's gonna get bumpy chop You seen that bitch back there? She a dumb I'm all over that And she probably the same Like I said They flock Flock your mind on this shit right here for a minute You worse than chop Come on homie Concentrate on the road Hey Apache Blood You gonna be able to Ah We can see how to do it I know your ancestors taught you them buffalo tracking skills Man I ain't gonna put buffalo Fuck you like some Indian in the Wild West show That's racist bitch Fuckin full of shit That's is great Fuckin full of shit 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 Fuckin full of it Fuckin full of shit Fuckin full of shit Fuckin full of shit get hit That's Chaobson I live in the I live in about Texas Hell yeah Los, Chop, du geiler. Los, Chop, mein kleiner. We ain't here to kill you. What's the problem, man? I don't... Screw you. At least I'm getting a workout. Take them down, homie. Chop. Oh, fuck. Come on, boy. Find that fool. Sniff him out, Chop Chop. Leave me to him. Get his ass, Chop. He ain't one of them boxcars. Sniff him out. Sniff him out. Give it up. Man, fuck. Where you at, Chop? Where you at? So, schau'n wir in den Gütewagen hier rein. Stop runnin', dawg. Man, ain't shit in here. You smell that motherfucker, boy? Hey, Chop, what you smellin'? That don't look like no ball is... Down, boy. Hey, jetzt rammelt der die Alte da. Chop. Come on, Chop. Get off there, man. We got... Chop, komm da runter. Shit, Chop. Man, that's a dude, dawg. You look nasty ass ain't picky, is you? Get back on that fat motherfucker, Chop. So, is'n braver Hund. You a mean motherfucker, man. Let's go. Ich hab' jetzt ernsthaft den Hund erschossen, wenn Chop da runterkommt. Pst, pst, pst. So verzweifelt er nicht. So, Choppy, komm. You scared of dogs, nigga? Oh, shit! Fuck you and your stupid dog! Don't hop him! Beat his ass, Chop! Get his ass! Ja! Feiner Hund. Fuck you, you son of a bitch! That bitch just fucking bit me, man! Shut the fuck up. Hey, man, get over here! Oh, shit! What the fuck, man? I ain't got no beef with the CGF. Cause maybe we doing our own thing. What the fuck, man? What the fuck you the fan, punk? Shit! Hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up! Just get in! Yeah, that's you, nigga! You fucking idiot! Shit! I said I had no beef, man! Shut the fuck up. Hey, man! What the fuck? Get this fucking dog away from me! Come on! Fuck! Haha! So. Hey, if you don't train Chop, he gonna be lost cars like you, dawg! We gonna stash this dude in my spot. So, now we're gonna go to Lamar's house, then it's apart from today. But also, it's over again. Maybe it's too much too long here. We going back to your crib? I've been there when you was in diapers. Shut up, man! You ain't recognize me. I knew it was you before you took that flag off. You always been dumb, Lamar. Really? Well, I guess that means we gonna have to shoot your ass when we pick up our 40 stacks. You ain't gonna pick up shit. Fans gonna be on you before you can even move, nigga. Be quiet. I gotta make a car. What? 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 We got you, boy! You calling them on the cell phone, you dumb motherfucker? They gonna trace this shit in a second. We gonna fold a thousand. Just pay me or pay the funeral director, motherfucker. What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. Nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck you all. I'll be seeing you all soon. The only reason you've been seeing shit is because we went easy on your ass. Remember that, dawg? This some bullshit. Take me down the cut. Hey, I'm out of here. Damn, this is a joke. Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. Alright, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. Them cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No the fuck you kids ain't. Nur bekloppte hier. Nur bekloppte. So, my dear friends. Aber das war's nochmal für diesen Part gewesen. Ich würde mal sagen... Oh, bestanden. Aha, chop. Ab. So, ja. Aufs Leben abgeschlossen. Nehmen wir hin. Ähm. Ich will mal sagen, meine Freunde. Das war's nochmal für diesen Part gewesen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir freuen uns auf die Folge von morgen. Bis denn. Euer Mr. Semptix. 6,6. 0. 5,7. 5,7. Vielen Dank.